Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Herr Schröder, ich finde, Ihre Firma hat den besten Slogan der ganzen Messe. Noch wie im Original. Ja, so ist es. Richtig. Was ist denn bei Ihnen noch wie im Original? Erstens sind wir als Mitarbeiter die Original. Toll! Das Zweite ist, wir versuchen natürlich alles, was es in groß gibt, in Miniatur umzusetzen und möglichst realistisch wie im Original schlichtweg. Und da gehen alle Sinne mit, nicht nur optisch, sondern auch haptisch, durchs Basteln, durchs Bauen. Wir haben ja alle Materialien, die wir dafür brauchen für den Geländebau. Und natürlich auch mit dem Sinn Gehör. Also zum Beispiel hier haben wir ein ganz tolles Beispiel, eine Neuheit. Das ist der Hochzeitsmarsch. Kommt der aus der Kirche oder aus dem Auto? Die kommen aus der Kirche, die Figuren. Und zwar, das Wichtige ist ja immer, dass die Figuren so aufgestellt sind, dass man sofort auf einen Blick sieht, da wird geredet, da wird gesprochen, da wird was stattfinden. Das ist die Kunst des Modellbauers. Und unsere Kunden sind da wirklich so gut drauf, dass sie wirklich ganz toll dekorieren können mit unseren Artikeln, mit den Figuren. Und von innen kriegt den Rasen, die Hecke, die Kirche und die Leute? Ganz genau, richtig. Und bis hin zum Berg, zu den Bäumen, alles was da ist, was wir hier dem Kunden anbieten, das ganze Portfolio. Die Alphörner spielen ein Lied. Wir haben hier auch Hunde, Libellen. Sehr schön. Und so versuchen wir mit allen Sinnen die Leute zu bewegen, ihre Eisenbahn lebendig zu machen. Die Eisenbahn soll ja leben. Und das ist auch immer das Ziel des Modelleisenbahners. Der hat dann Freude dran, führt seinen Freunden vor und schau mal, was ich da habe. Und durch noch wird es noch ein bisschen mehr wie im Original. Genau, genau. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.